Ich dachte, du hättest dich erkundigt, wo wir langfahren müssen. Oh Gott, was war denn das? Wir haben uns total verlaufen! Kommt schon schnell! Da kommt jemand! Wir hatten eine Autopanne. Dürfen wir reinkommen? Kommt rein. Setzt euch hin. Ihr seid Touristen. Wir machen gerade eine Europareise. Können Sie vielleicht die Autovermietung für uns anrufen? Sie haben hier wirklich ein wunderschönes Haus. Ich kreiere einen siamesischen Drilling. Verbunden über das gastrische System. Ein menschlicher Tausendfüßler. Wir beginnen mit der Durchtrennung des Ligamentum Patelle. Es wird wahnsinnig. Kommst du her! Kommst du her! Mach die Tür auf! Siebra oder eine Helfe! Sie sind ein krachamann! Oh Gott! Schau! Schau! Der Cielo! Was haben Sie mir doch vor? So ist es gut!